Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Purpur, den Indigo-Blauen-Scheiben-DLC. Ja, beim nächsten Mal haben wir das letzte Mitglied der Top 4 fertig gemacht und heute ist an der Zeit wir prügeln Jo mal ins Gedächtnis, dass er sich gefälligst zu benehmen hat. Und auch mal seiner Schwester gegenüber mal ein bisschen netter sein soll. Keine Ahnung, was mit ihm überhaupt los ist. Ja, ich stehe hier schon vor dem Aufzug. Bin schon bereit für den Kampf. Ich hoffe mal, dass keine weitere Challenge mehr kommt. Mein Team steht auch bereit, Ogapon an vorderster Front. Aber bevor wir den Kampf jetzt starten, gibt es erstmal die Pokédex-Einträge für heute. Über mir ist der Zeitstempel, wo ihr hinspringen könnt, wenn ihr die überspringen wollt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal mit den Einträgen los. So, als erstes haben wir Mirapla, das Unkraut-Pokémon. Es erwacht beim Mondschein und wandert umher. Tagsüber verharrt es still unter der Erde. Dann die Entwicklung Dooflor, auch das Unkraut-Pokémon. Er scheidet klebrigen, speicherähnlichen Nektar aus. Obwohl dieser sehr süß ist, stinkt er so schlimm, dass man sich ihm nicht nähern kann. Und Giflor, das Blumen-Pokémon. Es besitzt die größten Blütenblätter der Welt. Aus ihnen verstreut es wie besessen Pollen, die Allergien auslösen. Mann, bist du nett. Als nächstes die Galar-Form von Fleckmon, dem Schnarscher-Pokémon. Es hängt seiner Rute zum Angeln ins Wasser. Doch aufgrund des würzigen Aromas, das von ihr ausgeht, beißt kaum etwas an. Dann Lammus, das Symbiose-Pokémon. Muschers beißt kräftig in Lammus' Arm, um mehr Gift aus ihm zu saugen. Dies erzeugt, wo er einen Juckraal ist, der Lammus mitunter Rasen macht. Ja, ich würde auch Rasen wehren, wenn er irgendwas an meine Hand rumknabbert. Und dann Lusho-King, das Hexenmeister-Pokémon. Er schmischt seinen Magen innerhalb mit flüssigen Toxinen, um Arznei herzustellen. Deren Wirkung kennt es allerdings selbst nicht. Dann als nächstes Baldorfisch, die Huizui-Form, das Ballon-Pokémon. Es absorbiert die Toxine in seiner Nahrung. Seine auffällig lilafarbenen Stacheln sind ein Zeichen dafür, dass es voll von gefährlichem Gift steckt. Dann hier die Entwicklung von Baldorfisch. Es entwickelt sich übrigens nur in der Hexenmeister-Form, wenn man so einen Giftstachelsturm 20 Mal eingesetzt hat und dann Level abmacht. Miriador, das Tausend-Dorn-Pokémon. Es ist ungestüm und brutal. Die Spitzen seiner Giftstacheln sind gezackt, wodurch sie sich nach einem Stich nur schwer entfernen lassen. Aua! Als nächstes ist Monozyto, das Zellen-Pokémon. Es wehrt Angreifer ab, indem es Psychokräfte freisetzt. Mit Artgenutzung kommuniziert es telepathisch. Dann Methodus, das Zell-Teilungs-Pokémon. Kommen beide Hälften seines gespaltenen Denkapparats auf dieselbe Idee, entfesselt sich seine volle Kraft. Und die Last-Entwicklung davon. Cytomega, das Vermehrungs-Pokémon. Fassen sich Cytomega bei den Händen, verbinden sich ihre Denkapparate zu einem Netzwerk und ihre Psychokräfte werden verstärkt. Dann Duralodon, das Legierungspokémon. Sein metallener Körper ist robust, aber heizt sich schnell auf. Um einen Hitzestau zu verhindern, nettet es Wärme durch Schlitze im Schwanz ab. Und die Entwicklung Beduradon, das Legierungspokémon. Auf der Suche nach Futter gräbt es in den Bergen Löcher. Es ist so robust, dass es ihm auch nichts ausmacht, wenn diese über ihm einstürzen. Okay. Und als letztes von meiner Schwarte aus, also die letzten zwei, sandern das Maus-Pokémon in seiner Alula-Form. Bei einem der traditionellen festen Alulas messen sich die Teilnehmer darin, ihre Sandern so weit wie möglich über Eisflächen gleiten zu lassen. Ich hoffe mal, denen gefällt das. Und dann noch Sandama. Beurteilten lebt es in der Wüste. Mithilfe seiner scharfen Kallen erklimmte es Eisberge, ohne abzurutschen. So als nächstes ließ dann Drimm die Einträge vor. Viel Spaß, Drimm! Ja, warum ich als erstes? Das ist wie droh wie das Lehmhüpfer-Pokémon. Wenn es eine große Schwanzlöschung einsetzt, kann es den Wasser schnell beschleunigen. Es ist überraschend stark für seine geringe Größe. Ja, das kenne ich nur zu gut von mir selbst. Dann als nächstes Morave, das Lehmhüpfer-Pokémon. Auf instabilen schlammigen Untergrund kann es der Baris-Potenzial entfalten. Fest steckende Gegner bewältigt es im Hand-und-Drehen. So, und als nächstes Sumpax, das Lehmhüpfer-Pokémon. Seine Arme sind steinhart. Mit nur einem Schlag kann es Gegner zum Boden strecken. Es braucht sein Nest an pittoresken Stränden. Na dann, Noah, jetzt bist du dran. Ich los. Oh, wie süß ein Seehund. Das ist Robball, das Seehund-Pokémon. Dank seines täglichen Trainings gelingt es ihm, mit seiner Nase immer größere Blasen zu erzeugen. Dann als nächstes Marikeck, das Pop-Sternchen-Pokémon. Das Wohlergehen seiner Freunde ist ihm sehr wichtig. Wenn sein Trainer schlechte Laune hat, versucht es, ihn mit einem Tänzchen aufzuheitern. Und als letztes Prim-Arene das Solisten-Pokémon. Der Anblick, wenn es in mondhellen Nächten sinkt und seine Kolonie anführt, ist magisch. Es wird auch Primadonna genannt. So, Shining, bring you endlich zur Besinnung. Keine Sorge, Noah. Das werde ich. Ich werde ihn zur Besinnung bringen. Nee dann, auf zur Lobby. Yo. Ja. Das war's. 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 Das war's.